hallo und herzlich willkommen zu einer neuen serien kritik und analyse heute reden wir über 13 reason 2 oder auch im deutschen tote mädchen lügen nicht und das mache ich zusammen mit michael ja wir werden das müssen wieder chronologisch durchgehen halt so halt erst beim anfang so einstieg und so und dann halt die staffen wahrscheinlich durchgehen mehr oder weniger und dann am ende so ein allgemeines fazit abgeben es wird natürlich zu spallern kommen das wird sich da nicht vermeiden lassen gut dann würde ich einfach sagen beginnen wir die einstiegssituation also wir sehen am anfang einen jungen und erfahren dann nebenbei dass in seiner schule ein mädchen gestorben ist das hannah baker heißt und das war wohl auch ein selbstmord wie dann schon recht schnell erkannt wird und ja dann geht es recht wild los weil ich glaube die erste szene war ja die wo dann ein anderer mitschüler der justin heißt so clay dann angegangen ist und klärt gar nicht verstanden warum und dann hat sich später herausgestellt hannah hat kassetten gemacht wo sie ja sage ich mal die gründe dafür dass sie das getan hat benannt hat jetzt kassetten gemacht und die sollten dann von person zu person weitergereicht werden und es gibt für jede person die eine kassette kriegt gibt es auch eine eigene kassette wo dann über diese personen geredet wird und gesagt wird okay warum ist die denn eigentlich schuld so und diese kassetten kommen dann auch zu clay und der ist natürlich dann schockiert er man merkt auch am anfang dass er mit hannahs tod ein bisschen ja struggled müssen überfordert ist und das ist so ein bisschen die einstiegssituation des ganzen ja und dann nimmt das ganze seinen lauf es beginnt mit kleinigkeiten wie ja da gab es da glaube ich am anfang so eine liste die rumgegeben worden ist wo irgendwie wer hat den fettesten arsch oder sowas und da war sie auf platz 1 und das hat mit so kleinigkeiten angefangen und wurde dann halt immer krasser so ich muss halt sagen ich fand diese einstiegssituation ganz okay also ich habe kam sofort habe sofort verstanden warum das alles so ist aber ich muss sagen was mich persönlich dann oder gestört ist vielleicht übertrieben aber ich habe ein paar folgen gebraucht um reinzukommen weil besonders am anfang ist halt so dass sehr viele also eigentlich alle charaktere bis auf zwei super geheimnisvoll tun du gar nicht durchblickst was die eigentlich wollen wer die sind und was überhaupt deren charakter ist die einzigen zwei charaktere wo du sofort am anfang so durchsteigst in der clay und hannah weil die halt die einzelnen charaktere sind die einfach ehrlich zu einem sind und alle anderen charaktere verheimlichen gefühlt irgendwas irgendwie und das hat mich am anfang so ein bisschen ja irritiert und hat du die ersten folgen habe ich ein bisschen gebraucht ich weiß ja nicht ob das bei dir auch so war bei mir war halt das vorteil sei jetzt mal dass ich das buch vorher schon gelesen hatte gut zu der serie und von daher wusste ich halt auch schon logischerweise was abgeht ja gut aber ich glaube das buch ist doch mit staffel eins fast ihn also sehr sehr ähnlich oder ja außer dass halt im buch die handlung alles an einem tag abspielt während das im film zum beispiel ja über mehrere tage gestreckt ist ja gut aber ich würde auch sagen also gut das ist jetzt wieder eine große frage ich halte das auch sage ich mal so für besser umsetzbar in der serie und auch vielleicht ein bisschen ich weiß nicht ob ich mich das trauen kann realistisch dazu sagen aber also ich sag mal so ich hatte ja den direkten verteilte da muss ich schon sagen dass die serie besser fand ja also weil ich mir das also wenn man habe ich weiß ja was alles also ich werde gleich noch sagen ganz kurz was verreignisse so waren und wenn das alles an einem tag passiert ist es ist ja schon ein bisschen unrealistisch dass das an einem tag also das sind ja trotzdem schlimme sachen aber dass die halt an einem tag passieren so ist von dem zeitlichen her schon schwierig ja gut man muss dann natürlich auch sagen dass der dass die serie natürlich mehr ins detail geht und im buch halt ja nicht alles was da in der serie vorkommt möglicherweise auch im buch vorkommt ja also zum beispiel kann ich mich daran erinnern glaube nach folge drei war ich so ein bisschen zwiegespalten ob ich es weitergucken soll weil ich fand es irgendwie ich fand die idee ja ganz okay und spannend fand das ein krasses thema irgendwie aber irgendwie ja keine ahnung die ganzen charaktere sie haben so geheimnisvoll getan ich die einzigen charaktere die ich irgendwie wo ich sagte okay da konnte ich irgendwie mitfühlen war clay den ich sympathisch fand und dann alle anderen charaktere irgendwie ja die haben irgendwie alle ihre geheimnisse ich verstehe die halt alle überhaupt nicht so und dann kam halt folge vier und fünf auch ich fand auch die handlung so in folge eins zwei drei noch nicht so spektakulär dann kam halt folge drei vier vier und fünf da war das glaube ich einmal mit dem stalker und das andere weiß ich nicht mehr was da war also auf jeden fall das mit stalker da hat das war die erste sache ist wo ich dachte okay krass obwohl sich ja dann nachher herausgestellt hat dass die person ja kein man denkt ja bei stalker erstmal oh das ist jetzt irgend so ein perverser oder sowas aber es war ja im prinzip nur ein mitschüler der irgendwie da reingeraten ist in die ganze situation ja wobei man da auch sagen muss dass die person weiß nicht mehr wie sie hieß leider ihre probleme hatte wer war da war das teiler sogar der die fotos nicht gemacht hat teiler teiler der hatte selbst probleme und hat dann das gemacht irgendwie ja grund gut sollen wir den grund auch nennen warum er das gemacht hat ja kannst du machen weil er quasi in liebe war mit hannah baker er halt gefühle für sie entwickelt hat aber das ist logischerweise auch nicht zurück kam diese gefühle hatte ich schon wieder vergessen mit den gefühlen übrigens fünfte folge ging dann über kürtney okay weißt du auch noch mal was da war also ich war hat die nicht die irgendwie gemobbt mehr oder weniger aufgrund dessen mit dem stalker waren die zusammen übernachtet zusammen und da ist ja ein foto dann um die schule rumgegangen ja und sie wollte ja nichts mit ihr zu tun haben mehr nach dem ganzen genau und hannah war natürlich dann natürlich traurig war natürlich ihre freunde natürlich dann nicht mehr zügig standard ja das war schon ich fand da an dem vorhin ging es mir ab das war schon krasser und das ging so langsam ein bisschen in die richtung natürlich ist natürlich ich weiß nicht ob man das gut finden kann aber es war natürlich schon eine handlung die ein bisschen krasser war aber ich fand sie hat ja auch einen sinn gemacht alles also und es wurde sich auch professionell mit der ganzen thematik also ich hatte jetzt nicht das gefühl dass da irgendwelche vorurteile einfach so pauschal abgerufen worden sind sondern dass da halt der thematik so ein bisschen beschäftigt worden ist ja gut wobei man natürlich auch sagen muss die handlung ist nicht für jedermann ja natürlich das ist also ich finde halt also die haben dann danach also in den anderen staffeln haben sie immer davor so ein clip gemacht wo sie gesagt haben ey passt auf wenn ihr das guckt so das also ich kann ja gleich noch zum fazit zu staffel 1 ein bisschen was sagen aber passt auf mit der serie so also wenn ihr so welche gedanken habt dann lieber nicht gucken so oder mit eltern gucken und mit eltern reden und so mit freunden fand halt komisch dass das in staffel 1 nicht am anfang war dass man es vielleicht auch nicht im nachhinein mal reingeschnitten hat ja also es gab danach halt als die erste staffel rauskommen ist und diesen backdash genau deswegen und dann haben sie das nämlich für ab staffel 2 dann richtig gemacht haben sie in staffel 2 ja immer anfangs gemacht also staffel 3 2 3 4 genau ja das gute was ich halt dann fand ab einem gewissen punkt dass diese nebencharaktere so langsam wie so ein teiler den ich am anfang gar nicht verstanden habe dann nach und nach zumindest einen hintergrund hat eine backstory und auch der grund war okay warum haben die kassetten bekommen was ich auch recht spannend fand ich habe mich sofort und dann auch recht früh dann gewundert okay war mit clay bitte eine kassette bekommen habe also gemut was was hat er damit getan also und ja am ende kam das kann ich ja schon mal verraten raus er hat jetzt also hannah hat ja auch gesagt er hat nicht so wirklich was getan aber sie hatte ihm vorgeworfen er hätte vielleicht mehr tun können aber sie macht sie mich zum vorwurf ja naja gut es wird ja gesagt quasi auch am ende seiner kassette dass er eigentlich keine kassette verdient hat er er genau keine kassette verdient hat sondern eigentlich dass quasi ihr fehler war und das quasi die schuld quasi bei ihr ist und nicht bei ihm ja und danach und nach hat sich herausgestellt warum die anderen kassette hatten andere charaktere haben so eine gewisse backstory bekommen dann das nächste krasse ich hab ich glaube das war dann wieder so die folgen 6 7 wo ich dann immer wo ich dann wieder so ein bisschen dachte ja okay da war wieder ein bisschen weniger los haben sich eher mit kleinigkeiten wieder abgehalten aber dann also ich fand dann ab so ab folge 9 8 so dann ging es aber fand ich alle folgen mega gut die dann kamen zwar und zwar krasse sachen die hier passiert sind aber ich habe auch nach und nach die charaktere mal verstanden weil sie nach und nach mal in ihren geheimnis immer offenlegt offen gelegt haben ja sobald es halt quasi dann um die ominöse party dann im sommer ging ja da sind ja drei geschichten in dieser party passiert und drei folge haben sich ja mehr wenn darum auch gedreht unter anderem wurde jessica vergewaltigt bei der party und hannah war in dem gleichen raum und musste das mit angucken ja und justin der wort so gesehen der hat so gesehen nichts getan obwohl er hat schon sich bemüht aber er hat hat nicht entscheidend entschieden gehandelt weil man muss ja auch wissen dass justin ja auch der freund eigentlich von jessica war und der bryce ja nicht ansonsten ja gut da sind halt so viel krass sachen dann passiert ja dann halt auch natürlich mit gegipfelt in der ganzen geschichte um hannah die hat natürlich auch dann so ein paar symbolische sachen gemacht wie haare abschneiden so wollten neuen look haben nach den sommerferien oder so war das doch sie hat ja auch am anfang diese freundschaft mit alex und mit gab war es nicht sogar jessica ja ja die hatten auch so eine freundschaft die dann auch zerbrochen ist also sind viele viele sachen passiert die dann dazu geführt haben ja allgemein gesehen also natürlich gegipfelt dann das krasseste überhaupt war dann wahrscheinlich die vergewaltigung auch von hannah selbst mit der kompletten szene wie sie das auch dargestellt haben und ich habe ja auch dann mal gehört also es war ja wirklich so dass jeder wirklich die profis rangeholt haben und auch erfahrungsbericht also wirklich die wollten das halt so glaubwürdig wie möglich und realistisch darstellen was auch für die schauspieler schwierig war natürlich das glaube ich ja natürlich so krass so und dann ist das natürlich damit gegipfelt so am ende dass sie natürlich auch noch mal ein gespräch mit dem lehrer hatte was auch interessant war was dann aber wo ja das dann sage ich mal auf ein missverständnis eigentlich hinausgelaufen ist weil er hat schon probiert hat schon angedeutet so dass sie solche gedanken hat mit dem selbstmord aber er hat es nicht verstanden so und ja dann ist sie am ende gegangen und hat es getan und wirklich dass das war so krass ich konnte wirklich ich konnte als sie das dann getan hat ich konnte hingucken das war also ich finde sowas nie die szene war nichts für schwache nerven ja so abschließend also ich fand ja die erste staffel die war also die war schon sehr gut und sie war schwer sehr spektakulär man hat und hier auch viel mit so extremen ereignissen gespielt die natürlich extrem gewirkt haben ich fand es aber immer sehr originell also sie haben es ja probiert gut einzubinden also das gibt es aber hier so serien wo ich das gefühl hatte immer so dass sie halt krasse sachen gemacht haben aber nur damit zeit die krassen sachen dabei sind so und das ist kein hintergrund hat so alles ich finde das hat aber in der serie ganz gut gepasst ja natürlich muss man sagen es gibt noch ein paar knackpunkte die dann auch kritisiert worden sind aber ja ich weiß ja nicht wie fandest du dann erstmal fandest du es auch gut so die letzten folgen dann also generell staffel eins fand ich mega mega mäßig ich fand auch man konnte sich in viele charaktere hineinversetzen und vor allem auch mit hannah mit den gründen ich meine klar man kann teilweise sagen das sind teilweise kleinigkeiten die aber dann halt insgesamt dazu geführt haben dass das fast einfach zum überlaufen gebracht hat quasi natürlich mit dem höhepunkt am ende mit preuß aber ansonsten konnte man sich schon ordentlich reinversetzen fand ich ja also das mit der liste zum beispiel das ist ja so das ist also das habe ich auch nicht so wild genommen so da dachte ich mir auch so in der sekunde ja gut ist ja eine kleinigkeit aber man muss ja ans große ganze denken so und deswegen die liste war halt so eine ganz kleine geschichte aber war trotzdem blöd ja gut aber ich sag mal so ich kann mich da auch komplett hineinversetzen mich hat das auch gestört also hätte es so eine liste gegeben hätte es mich auch gestört naja ich sag mal so bei mir kann ich aus persönlicher erfahrung reden natürlich nicht 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 in diesem ausmaße natürlich aber die ein oder andere sache die in dem in der serie dort passiert sind in staffel eins ja hat ich kann ich teilweise auch geschichten von erzählen und von daher ist das ganze dann natürlich bei mir zumindest ein recht ordentlich persönlicher bezug gewesen deswegen fand ich das halt noch so viel heftiger und krasser ich fand das war auch irgendwie ging das auch mehr persönlich so weil ich irgendwie ich konnte also ich konnte hat besonders halt also anfangs nur mit clay und mit hannah was anfangen mit beiden und fand die beide auch sehr gut und fand es auch ganz nett so und dann natürlich diese themen aber wieder ich fand diese ganzen themen auch wirklich keine ahnung ich hat sich angefühlt wie bildung es hat sich so angefühlt als wäre das so es hätte das könnte man auch in der schule zeigen so um halt auch so was ja zu zeigen was hat mobbing auch so also mobbing unter anderem halt aber auch andere sachen so auslösen können das hat sich ja irgendwie wert und das hat sich wertvoll irgendwie angefühlt das anzugucken so ja ich halt so gedacht hätte natürlich kann man nicht eine ganze staffel in der schule gucken aber dass man vielleicht so ausschnittsweise das thematisiert also lieber sowas als irgendwelche bücher über goethe also ja genau ich meine wenn man sich das wirklich vor augen führen würde und auch die sache offen angeht sei jetzt mal und wirklich auch mit einem gewissen dass man auch sachen hinterdenkt bzw hinterfragt auch die eigene handlung dann wie gehe ich mit meinen mit menschen um sage ich jetzt mal das würde extrem viel helfen und ich meine wenn man die serie anschaut dann müsste man eigentlich auch drüber nachdenken ich weiß es sieht man dann auch was hat man vielleicht selbst für fehler mal irgendwann gemacht und kann sich dann auch in diese situation dann ist perfekt ein versetzen besonders hat bei den meisten charakteren das waren ja nur zwei drei charaktere die wirklich übertrieben haben aber bei den anderen charakteren waren es ja oft irgendwie missverständnisse da haben sie immer nicht zu ihr gestanden so das waren ja alles so dinge wo man sagt ja das war ja gerne böswillige aktion von demjenigen oder vielleicht war es in der sicht es war ja wobei ich sag zum beispiel marcus fand ich auch schon sehr sehr grenzwertig was war der der hat und der hat die fotos doch geschickt weitergeschickt an die anderen oder war das nicht der oder war das eine andere geschichte das war mit dem valentines date ach so wo da wo er dann extra sie haben wollte oder wo er sie dann verarscht hat mehr oder wie und und weil weil er dachte sie sei quasi easy ja okay na gut das ist ja auch krass okay da haben sich ja genau das sind halt ja ist halt alles nicht ganz so toll ja also ein ein plot twist den ich aber den habe ich schon gerochen also da dachte ich mir so wenn ich ein serienautor wäre was wäre so ein krasser plot twist den man einbauen könnte das hat ich habe deswegen darauf besonders geachtet weil ich mir schon das gedacht hat im gewissen punkt wenn wenn man so eine serie macht so mit welchen charakteren dass man halt vielleicht am ende also mir kann sich jetzt da sagen dass halt ein charakter sich am ende selbst probiert zu töten in diesem plot twist den habe ich sowas von gerochen wirklich das dachte ich mir so dass das passiert also das wirklich war für mich kein geheimnis ich habe wirklich darauf geachtet weil ich damit spekuliert ob das passiert gut aber um ganz ehrlich sein dass es ausgerechnet der charakter ist ja gut dass das gab es schon teilweise anzeichen aber ich hätte auch nicht unbedingt gedacht dass es unbedingt der charakter sein wird bei mir war also ich habe darauf geachtet deswegen war bei mir schon eine ausfahrt drin weil ich habe da schon ein paar andere ich habe da halt ein bisschen darauf geachtet dann logischerweise weil ich schon die vermutung hatte dass das passieren wird so und ich hatte ihnen in der verdacht jessica die verdacht und justin auch so ein bisschen das waren die drei charaktere wo ich mir dachte da ist es am wahrscheinlichsten so bei allen anderen hätte es nicht auch sein können vielleicht aber bei den drei gab es anzeichen dafür justin hat es ja sogar theoretisch probiert hat er am ende gesagt er stand ja auf irgendeinem kran hat er sogar noch gesagt ja gut ich fand wenn man danach geht hätte es eigentlich auch zum beispiel teiler sein kann gut teiler stimmt teiler auch teil hatte ich glaube ich auch im gedanken den habe ich vergessen zu nennen also es waren schon einige charaktere wo ich mir dachte ja gut würde mich nicht komplett schocken ja also man kann sagen ich fand auch mega also wenn man halt also wenn man jetzt nachdem wirklich nach dem mit dem fehlern suchen möchte kann man hat den einzig also das ding ist halt was mir auch viel auf wenn man jetzt mal in die nächsten schaffeln guckt ich habe das gefühl auch immer dass in den darauf folgenden staffeln die kritikpunkte aus der vorherigen staffel immer aufgenommen worden sind und probiert haben das besser zu machen zum beispiel gab es ja auch den kritikpunkt dass hannah immer das sehr einleuchtig beleuchtet worden ist sie also sie immer das opfer so gesehen ist immer die arme und dass sie halt auch vielleicht sich untypisch fällt dass sie zum beispiel nie mit den eltern redet und sowas sehr gut wobei man da natürlich auch sagen muss dies das hat einfach gepasst dass man da einfach wichtig ist die story quasi so erzählt hat aus hannahs sicht beziehungsweise dann auch aus clay sicht und dass man das dann hat in den anderen staffeln beziehungsweise ab jetzt in der zweiten staffel dann halt genau widerspiegelt dann ist halt perfekt so so hat man wenn man wirklich beide staffeln gesehen hat beide seiten auch ordentlich sehen können war ist natürlich dann halt ich die große die goldene frage ja gut das ist halt also ich war am ende war es nicht schlimm ist natürlich eine frage dass man kann es so oder so man kennt man hätte auch mixen können dass man sagt okay man bringt einerseits solche argumente und andererseits macht man macht man macht man so düster und dafür macht man seine andere staffel auch so gemixt aber man hat sich ja zu entschieden in staffel zwei dann halt die sage ich mal die diese versuche von ihr und auch teilweise ihre böse oder schlechten seiten dann auch zu zeigen ja aber insgesamt strafe eins fand ich sehr sehr gut und ich fand auch am ende der ersten stelle ich auch mal die ganzen charaktere kennengelernt und das hat sich dann gut angefühlt dass ich die endlich mal alle verstanden habe mehr oder weniger ja und man konnte auch wirklich auch sehen wie einzelne charaktere auch wirklich eine wandlung genommen haben von anfang der staffel bis zum ende der staffel ja eigentlich fast jeder also von von na gut bei jessica war es ja erst ab staffel zwei eher so aber justin clay so tyler glaube ich auch so ein bisschen alex gut das so so viel zu staffel eins staffel zwei da ging es dann grob um diesen gerichtsprozess rund um hannah baker ja wo dann das nach und nach aufgeschlüsselt werden sollte ja ansonsten also es gab ja nur eigentlich am anfang das mit mit hannah baker gab es irgendeine große story die am anfang also was die serie immer gemacht hat was ich ja nicht mag persönlich eigentlich aber bei staffel eins fand ich es okay bei anderen staffeln weiß ich nicht ich bin einfach kein freund dieses elements wenn du am anfang den großen den die große story eigentlich schon verrät zum beispiel du sagst hannah ist hat sich selbst umgemacht und dann erst nach und nach aufzeigst wie es dazu gekommen ist ich bin kein freund von dieser erzählweise irgendwie ich wird lieber ich hätte es lieber gehabt okay die erzählen dass das passiert und am ende passiert zeit ja aber das ist halt eine schwachsache natürlich auch ja ich fand es eigentlich so ganz gut weil wie hat man sonst erzählen können weil ja gut das problem ist natürlich wenn wenn sie mir nicht am anfang erzählt und dass hannah sich selbst umbringt ist natürlich auch die frage dann passieren so kleinigkeiten du fragst dich okay was was warum gucke ich das jetzt eigentlich was passiert weil wenn ihr okay das ist eine liste gekommen ja okay dann muss es halt bis zum ende gucken um überhaupt das alles zu verstehen und so ist natürlich so dass du ein großes element schon kriegst und deswegen ja schon auf weiß was du achten musst ja gut wie gesagt staffel zwei dann der gerichtsprozess den fand ich ich fand das irgendwie eigentlich ganz cool mit dem also mit dem ich fand besonders den der anwalt von von dem bakers bakers hieß nie von der familie fand ich ganz cool eigentlich also ich fand auch diese schlagabtausch zwischen den beiden anwälten immer ganz cool so und dann wurden nach und nach die schüler auch eingeladen dann wurden geschichten aus der vergangenheit auch ein bisschen erzählt ja weiß ich nicht das war immer so abhängig fand manche geschichten fand ich sehr gut dass die eingebracht haben und es gab andere geschichten wo ich mir sagte ja gut also das müsst ihr mir jetzt nicht erzählen und irgendwie es gab zum beispiel auch die eine geschichte ja mit wie hieß der noch mal jeff hieß der jeff ja jeff hieß doch der eine footballer also der eine footballer naja ich überlege gerade wie der hieß der auch später ein captain war vom team ich gucke sag sag hieß er sag mein also sag war der ja der große ja der große und bei dem war es ja so der hat ja auch mit henna was gehabt mhm das wurde ja in der folge erklärt ich habe mich die ganze folge so gefragt warum erzählt ihr mir das warum also was wollt ihr mit erklären so und dann war es ja am ende so dass weil das hat ja auch für mich dann keinen sinn ergeben weil okay henna hat ja sag gehabt warum hat sie denn mit sag dann nicht geredet und so aber dann wurde ja am ende erklärt okay sag hat sich ja dann mehr oder weniger von ihr gelöst wieder oder die haben sich beide voneinander wieder getrennt ähm ja und dann hat es für mich sinn ergeben also es war dann eher so ein argument okay darum hat sie sich auch am ende vielleicht umgebracht weil sie da ihren halt auch ein bisschen verloren hat na na besonders sie mussten das ja alles auch geheim machen weil sag das ja nicht wollte dass es öffentlich wird ja also so war das halt dann mit diesen ganzen backstories so war halt immer auch schwierig halt so es gab halt backstories wirklich ich war da immer das war so ein auf und ab weil wieder bei der ganzen backstory dachte ich mir warum erzählt ihr mir das ergibt doch keinen sinn mit Staffel 1 und dann am ende ah okay ja okay ist okay ja ansonsten weiß ich jetzt auch nicht mehr so ganz genau was waren noch so krasse elemente gut die haben ja justin aufgenommen also äh tony und ähm clay die wollten halt so gesehen hannah helfen so gesehen und ähm ihre geschichte aufklären ja und haben dann dafür justin gesucht haben den aufgenommen der hat dann auch bei den äh bakers äh nicht bei den bakers bei den jensons also bei clay und so ist er dann eingezogen das fand ich eine ganz coole idee irgendwie fand das ganz nett zwischen zwischen klären und damit er quasi aussagen tätigen kann ja und ist ja justin auch wieder in schule gegangen der hat auch nicht auch seine probleme hier am anfang gehabt natürlich weil dann natürlich dann es natürlich komisch war dass er wieder da war und natürlich ähm es auch so war dass ähm die ganzen vorwürfe ja auch so ein bisschen auf ihn geworfen worden sind dass er ja der schuldige ist an der ganzen nummer weil sich die ganze story ja dann nicht so wirklich aufgeklärt hat weil ja niemand auch die kassetten hatte außer die beteiligten genau wobei clay die ja dann ja gut am ende hat er sie dann äh an die öffentliche also hat er sie ja online gestellt ja obwohl ja gut und da hat er natürlich auch gemerkt okay das war auch nicht die geilste Idee weil jesse kann so nicht davon so begeistert waren mhm und ähm es gab ja dann auch noch ein neuer charakter mit äh chloe ja das war die freunde von bryce oder genau genau äh wo es ja dann auch eine gewisse story drum rum gab ja naja die ja sicher so ein bisschen keine ahnung ich weiß ich hab also ich hab das also gut ich muss sich mal überlegen weißt schon weil er erst hat hat denn ähm wie ist er immer denn bryce 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 aber er hat ja nix angetan so gesehen das war ja alles mit ihrem oder hat er doch er hat sie glaube ich auch naja doch das war auch was hat quasi dasselbe gemacht mehr oder weniger was er mit hannah schon gemacht hat na deswegen wollte er ja auch dann ähm chloe erstmal gegen bryce vorgehen aber hat sich ja am ende dann nicht getraut und hat dann so gesehen jessica damit im regen stehen lassen genau ja aber das sind auch alles so story elemente die wie gesagt die waren spannend die waren okay die haben sinn ergeben so alles gut also es hat echt spaß gemacht sich anzugucken dann auch mcclay und justin wie die zusammengezogen sind so ähm ja ansonsten weiß ich jetzt nicht ob da jetzt große des weiteren wird tyler auf der schultoilette oh ja stimmt der wort von montgomery verprügelt ja genau das ist vergewaltigt das ist auch noch wichtig für die weitere handlung quasi ja und es war ja auch so dass nach und nach die stimmung auch gegen bryce ein bisschen an der schule gekippt ist weil ja nach und nach das raus kam und spätestens als die kassetten ja öffentlich waren war es ja so dass anderen ja wirklich bryce ja komplett unten durch war und ähm ja sein kompletter ruf zerstört war ja es war auch so dass in der staffel auch die guten seiten von bryce ein bisschen gezeigt werden teilweise worden sind dass man halt ihn nicht nur als bösen darstellen wollte sondern auch zeigt okay er hat auch seine guten seiten und ähm er macht das auch alles nicht aus böswilligkeit unbedingt sondern weil das nicht besser kann irgendwie aber das ist natürlich immer so ein es entschuldigt das natürlich nicht aber es gibt natürlich dem so ein bisschen ein background und zeigt er ist jetzt nicht nur ein böses arsch noch so hm wobei ich auch sagen muss zum beispiel hier mr porter hat ja auch eine ordentliche entwicklung dann durchgenommen in der zweiten serie in der zweiten staffel äh wo er ja dann quasi als ja beschützer dann versucht hat in der schule zu agieren aber dann auch gemerkt hat dass er es nicht wirklich kann also er hat es er hat zwar probiert irgendwie aber ja das ist halt irgendwie so ein distrust quasi war niemand hat ihn so richtig getraut weil eben die vergangenheit ihn quasi einholt spätestens ab dem punkt wo er rauskam dass er henna so gesehen nicht gerettet hat ja und er sich ja auch selbst vorwürfe macht deswegen na genau das fand ich auch ne nette also wirklich auch wieder da viele gute sachen ähm ich fand halt das einzige was ich halt so kritisieren würde ich fand so so ein paar alt also so ein paar backstories halt so teilweise dachte ich mir also kann ich mich nicht immer an jeder erinnern aber wo ich mir also dachte ja okay musst ihr mir das jetzt unbedingt erzählen so und dann gab es auch so ein zwei elemente wo ich mir dachte ja gut das ergibt jetzt irgendwie nicht so sinn mit stoffeln eins mehr das waren halt wenige so es war noch okay ja also tyler tyler der dann traumatisiert war und ähm der wollte ja den amoklauf sogar machen und das war ja sogar eine große kniffhänger no das war quasi das ende der staffel 2 no ansonsten hat jessica dann noch bryce angezeigt und ähm ja aber das was das krasseste fand ich ja dann am ende auch noch bei dem gerichtsprozess dann wird entschieden dass justin ins gefängnis muss für glaube ich ein paar monate mhm und bryce der eigentlich das schlimmere getan hat der hat ja am ende auch bewährung bekommen ja weil er einfach die besten anwälte quasi hat ja weil dann das geld und die anwälte und alles so tja und da dachte ich mir aber auch das passt halt auch wirklich wie in die realität ist ja wie in echt quasi ja wo ich mir auch so dachte wo ich mir auch so dachte ein bisschen übertrieben ist vielleicht schon also ich kann also es hängt natürlich immer vom ort ab natürlich aber dass du dir mit geld alles kaufen kannst so weiß ich nicht und ich fand das schon über krass also dass justin so gesehen schlimmer bestraft worden ist als 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 bryce also keine ahnung also bisschen übertrieben vielleicht es wäre schon krass genug gewesen wenn die einfach die gleiche strafe bekommen hätten hätte man ja auch sagen könnte es ist schon krass genug dass sie die gleiche strafe bekommen obwohl ja eindeutig klar wäre ja vielleicht das schlimmere getan hat ja gut aber das ist das problem war ja während des gerichtsprozesses auch dass ähm man ja viele sachen die hannah ja auch vorgeworfen hat man mehr oder weniger ja äh überlegen konnte genau widerlegen konnte ja beziehungsweise einfach beschönigen konnte ja dass sie so gesehen auch selbst schuld ist an dem ganzen na ja obwohl jessica hat ihnen ja noch am ende ja auch angezeigt den bryce also also ja gut habe ich gerade schon gesagt ja gut also weiß ich nicht staffel 2 auch sehr gut ich fand sie konnten nicht ganz mit staffel 1 mithalten aber es war trotzdem gut und habe ich gerne geguckt würde ich es genau so sagen ja staffel 3 da erfahren wir am anfang ähm ja also erstmal ging es um am aufgelaufen natürlich der konnte dann wirklich verhindert werden von clay was ich auch eine wirklich gute szene fand ähm und dann haben wir auch war das nicht auch der moment wo dann direkt der neue charakter rein kam so gesehen und ein großes mysterium aufgeworfen worden ist genau ja annie kam rein und das wort erklärt dass bryce war bryce oder bryce tot ist ja genau bryce ist tot ja bryce ist tot und ähm man sieht dann so einen gerichtssaal irgendwie und ähm ja dann sehen wir halt annie den neuen charakter und die redet dann irgendwie und ähm die ist dann so ein bisschen die erzählerstimme ja man muss dazu dann natürlich sagen dass annie äh bei bryce sag ich erstmal gelebt hat beziehungsweise die mutter war die putzhilfe die mutter von bryce weil eben die mutter von annie bei als quasi ähm putzfrau angestellt ist bei den walkers also bei der familie von bryce und äh sie sich dadurch äh sehr gut kennen sag ich jetzt mal bryce und annie ja gut ja also es wird sozusagen am anfang der verdacht äh also es wird am anfang wie gesagt der 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 tot festgestellt und dann geht natürlich der große verdacht los wer hat ihn umgebracht und wer ist diese annie und was hat sie damit zu tun äh was ich sagen muss was mich teilweise ein bisschen verwirrt hat diese zeitsprünge weil es war ja so gesehen dass dann so dass die serie immer in drei zeiten gespielt hat wenn ich mir recht entsinne zu dem zeitpunkt wo bryce ja noch gelebt hat dann zu dem zeitpunkt wo annie da diese aussage getätigt hat und dann zu dem zeitpunkt wo ähm das rauskam dass bryce tot ist und diese zeitsprünge quasi genau handelt zu dem zeitpunkt ja ich fand diese zeitsprünge schwierig weil dadurch halt ist immer schwierig war wenn du die charakter noch teilweise in der situation siehst und dann der hat es zu verbinden in staffel eins gab es das war auch ich fand es aber da noch klarer fand ich es auch okay ich war es ein bisschen verwirrend ja weil ja besonders hat du hast dann so annie als neuen charakter so und die erzählte irgendwas und okay wer ist das eigentlich wirst du dir damit zu tun wurde natürlich dann nach und nach erklärt ja die ist so gesehen auch dann neu auf die schule natürlich dann gekommen ja am anfang war es auch so dass dann verdacht schnell auf clay fiel weil der ja auch in der zweiten staffel das war auch eine krasse szene wir einfach vergessen haben er hat ja an staffel zwei er wollte ja zu bryce fahren wollten ja umbringen war doch die szene und wo dann justin ihn ja dann aufgehalten hat obwohl justin eigentlich schon abhauen wollte weil justin ja auch das hat man auch vergessen zu sagen familienstress da außer hatte na also seine mutter wort zu gesehen ja von so einem typen einfach unterdrückt um es mal so zu formulieren ja also ähm clay stand unter verdacht also allgemein stand eigentlich alle jugendlichen die irgendwie damit zu tun haben war unter verdacht besonders der clay quasi alle die äh mit beim bei den ähm tapes von hannah baker waren ja quasi die gruppe da mit clay mit äh jessica mit tyder mit justin mit äh zack und wie sie alle heißen äh die wurden ja dann quasi alle erstmal ja auch unter verdacht gestellt sei jetzt mal und ähm sie konnten tyder erstmal retten und der war dann erstmal ruhig gestellt aber natürlich ging es ihnen nicht so wirklich gut aber der war zumindest ähm ja sie konnte seine tat vertuschen erst mal und ähm ja mussten ihm dann so ein bisschen aufbehalten ja wo man aber wo der am anfang aber der wirkte halt am anfang wirklich nicht so sicher und gut drauf na ja wie fandest du denn denn Staffel 3 es ist also ich fand es immer noch recht gut aber wenn man halt den direkten Vergleich zieht zu Staffel 1 und Staffel 2 hat man halt schon gemerkt dass es leicht abgebaut hat ähm wobei ich halt immer noch fand dass die Handlung und alles sehr sehr gut war wobei dann halt auch dann vieles auch übertrieben wurde fand ich ähm man konnte sich nicht mehr so richtig reinversetzen in die einzelnen Charaktere fand ich und es war immer noch schön zum anschauen aber wie gesagt nicht mehr ganz so super super toll wie Staffel 1 und Staffel 2 ja also ja also ich kann im Prinzip geht es dann halt also es wird nach und nach erklärt wer Anni ist und so und ich muss halt sagen also Anni weiß ich nicht also es war kein Charakter also wirklich ein Charakter den ich nicht mochte also keine Ahnung was mich hat am meisten gestört dass sie so Sherlock Holmes war und die hat auch alles gewusst sie hatte keine Misserfolge in Staffel 3 in Staffel 4 haben sie dann an der Kritik gearbeitet hatten ja auch ein paar Misserfolge gegeben aber Staffel 3 keine Misserfolge die war wirklich Mrs. Perfect die hat nie falsch gelegen die hat immer alles richtig gemacht die war so wirklich die konnte die war schlau die konnte alles war doch unfassbar weiß nicht also ich finde halt so Charaktere perfekt sind die können einfach nicht funktionieren also die Charaktere brauchen so ihre schlechten Seiten ich fand ich verstehe warum man den Charakter eingesetzt hat in die Serie aber als in allen ja war das ganze naja ich sag mal so man hätte sich vielleicht sogar den Charakter auch schenken können ja also weil man dann natürlich auch sagen muss dann hätte man halt auch die andere Seite von Reus nicht gesehen ja das war der große Pluspunkt immer an Anni dass dadurch hat die gute Seite von Reus nochmal gezeigt worden ist zwar auch gleichzeitig auch teilweise die schlechte Seite aber größtenteils wurde er gezeigt dass er eigentlich sich besser möchte wurde die ganze Zeit ja gezeigt und das macht natürlich das ganze dramatische wenn du weißt er ist tot und er wollte sich ja eigentlich bessern und ja dieser Besserungsprozess er wollte sich immer mehr bessern so gesehen und dann wurde er nach und nach aufgeklärt also wurde er nach und nach dann irgendwie aufgeklärt was ist denn da eigentlich passiert und wer ist der Mörder und ich hab ja wirklich schwer spekuliert wer der Mörder ist weiß ja nicht hattest du da also gut wir können es ja gleich eh schon verraten aber ähm hast du hast du schon irgendwie eine Vermutung gehabt zwischendrin und war die richtig oder falsch ja ich dachte schon ich weiß wer es ist aber ich hab niemals gedacht dass es so entstanden ist wie es passiert na ich dachte nur ich hab dann irgendwann aus logisch also ich hab dann mir Gedanken darum gemacht und dann fiel mir aus logisch auf okay es müssen mehrere Charaktere da gewesen sein weil ansonsten gibt es keinen Sinn weil zum Beispiel Zac hat irgendwann ja Zac hat ja irgendwie was gewusst davon auch Jessica hat davon was gewusst mit dem See deswegen war mir klar okay die beiden müssen da gewesen sein weil ansonsten gibt es keinen Sinn die beiden müssen da gewesen sein aber was ich halt auch recht krass finde ist halt dass eigentlich sie ihn ja nicht unbedingt umbringen wollten ja also nicht unbedingt sag ich jetzt mal ja am ende war es doch dass es mehr durch ungeschickt beziehungsweise einfach Pech entstanden ist ja gut also der eigentlich Grund war es gab ja so ein footballspiel du weißt du es ja eskaliert total da sind alle auf alle losgegangen so da wollte auch ähm Clay sich an Bryce rächen so gesehen ist auf ihn losgegangen dazu muss man natürlich sagen dass das footballspiel mit der ähm Schule von Clay und den ganzen Protagonisten ist und der neuen Schule von Bryce ja und da ich dann eben ja zu Raubereien kam und Bryce muss man ja auch sagen war ja in seiner neuen Schule auch nicht beliebt ja wo hat er auch die ganzen Vorwürfe ja mitgenommen so gesehen und ähm war da auch unten durch na also hat ihm ja auch nichts gebracht äh zurecht aber auch ja was so ja aber es wird auch nochmal gezeigt dass Bryce halt auch so gesehen da gut er ist halt selbst schuld aber natürlich auch für ihn blöd aber ja ähm ja und dann wurde es es war ja es war ja kompliziert also es war beim gucken war es logisch aber wenn man es jetzt erklären müsste es ist ja total kompliziert das zu erklären also es war ja so dass Montgomery und so die haben der hat zwar sich mit mit ähm Bryce vorher getroffen aber da war ja nichts im Prinzip und ähm dann ist Zack dem gefolgt äh es war so dass dann Bryce ihm glaube ich wenn ich mich recht im Sinne doch das Bein irgendwie gebrochen hat äh bei dem Football Spiel Bryce hat äh das Zech das Bein gebrochen ja beziehungsweise das komplette Knie kaputt geschossen wodurch dann seine Zukunftskarriere quasi im Profisport äh zunicht gemacht worden ist und dann ist Säker gekommen hat aus Rache ihm beide Beine kaputt gemacht also er lag dann da so gesehen und dann war das so dass davor ähm Bryce darum gebeten hat dass Jessica doch bitte kommen soll äh äh damit er irgendwie ihr eine Kassette geben kann und ihr das erklären kann sich eigentlich möchte er sich entschuldigen ähm hat natürlich Jessica nicht wirklich geglaubt Jessica hat dann Alex mitgenommen da sind die beide hin die haben die am Boden liegen gesehen er konnte das dann äh zwar Jessica geben aber äh ja er war dann so wütend wegen Zack noch und wegen der ganzen Situation dass er dann ja nicht eine kluge Wortwahl gegangen hat also er hat sich ja ziemlich aufgeregt und hat so wieder sein böses Gesicht so zum Vorschen gemacht und Alex war dann so emotional dabei dass er ihn halt so gesehen ja aus Versehen kann man jetzt nicht sagen aber er hat ihn halt ins Wasser geworfen und dann ist er halt gestorben weil er logisch nicht schwimmen konnte mit seinen gebrochenen Beinen und dann hat er ihn nicht geschubst und dadurch ist er dann er hat ihn so festgehalten und hat ihn dann ja er hat ihn schon so geschubst aber ich glaube er hat ihn er hat ihn schon so mehr oder weniger reingeworfen also schubsen reinwerfen also ich fand halt damals in der Situation als ich das gesehen hatte fand ich es eher dass es durch unglückliche Zustände passiert ist und jetzt nicht unbedingt eine gewollte Tat war aber gut da kann ich mich jetzt auch dran ihren ja aber da war ich schon ein bisschen zwiegespannt weil ich mir sagte Alex also bei allem Respekt ich finde es übrigens also das muss ich übrigens noch sagen Alex zum Charakter das ist ja nochmal ein relevantes Detail der hat sich ja probiert in Staffel 1 das Leben zu nehmen und der dachte ihm auch so WTF der hat sich also eine Kugel in den Kopf gesetzt und in Staffel 2 ist der dann wieder einigermaßen da wenn du dir eine Kugel in den Kopf setzt ja naja gut einigermaßen da kann man ja nicht so sagen weil seine ja gut er hatte natürlich Folgen und er konnte sich nicht bewegen so richtig und so und war so ein Krüppel mehr oder weniger aber er trotzdem also wenn sich ein Menschen eine Kugel in den Kopf setzt also dann glaube ich 99% ist da gerne eine Chance ja ja weil das Gehirn halt so das ist halt das wichtig ja gut aber da gibt es da gibt es tatsächlich auch viele Beispiele im wahren Leben wo das passiert ist ja ok dann kann ich das auch durchgehen lassen dann kommen wir zu der anderen Szene weil da dachte ich so Alex ist krass oder da hatte ich irgendwie so ja gut und besonders halt dann hat sich herausgestellt dann hat ja auch dann das fand ich auch einen emotionalen Moment wo Tyler dann Clay erzählt zuerst was eigentlich passiert ist mit Montgomery und das war halt schon eine krasse Szene so und das war echt gut geschauspielert und so das war schon krass und dann hat Clay das dann oder dann hat Tyler das glaube ich ich ja dann erzählen wollen weil Clay ja unter Verdacht stand und dann wollte er das ja helfen dann kam ja so gesehen das alles raus dass Montgomery das getan hat und am Ende hat dann so haben so gesehen so gegen Clay und Ani dann dafür gesorgt dass sie die Geschichte so erzählt haben dass nicht Alex der Schuldige ist sondern Montgomery ja genau wobei man wobei man noch zu Alex sagen muss ähm dass er und Preuß sich ja verstanden haben mehr oder weniger ähm ja na der war ja davor noch da und unter anderem ja auch der hat ja Drogen auch gekauft bei ihm genau Drogen äh dann die Prostituierte ja also Bryce und die also die haben sich gut also im Vergleich zu den anderen Charakteren hat sich Bryce mit dem ganz gut verstanden ja und wenn man so will mehr oder weniger eine leichte Freundschaft hat sich ja zwischen dem einen entwickelt ja gut Freundschaft würde ich jetzt nicht sagen ja aber er konnte für ihn trotz seiner Taten Sympathie aufbauen und ähm hat ihn als guten Menschen auch kennengelernt genau und deswegen fand ich das halt so ein bisschen unpassend dass ausgerechnet er dann quasi derjenige war der gewollt oder ungewollt äh Bryce dann getötet hat ja besonders ich fände Alex eigentlich ganz sympathisch aber natürlich nach der Tat also das äh das kannst du auch nicht mit dem Versehen oder mit dem Begründen im Nachhinein weil gut Bryce hat es ja auch so gesehen jetzt nicht mal so gewollt gut das ist natürlich ein anderes Beispiel aber ähm ähm Alex hat auf jeden Fall an dem Punkt es war schon schwierig so weil das war ja eigentlich ein sympathischer Charakter so und dann kommt so was und dann denkst du ja oh ja das ist natürlich schwierig ja und dann am Ende haben sie die Geschichte umgedreht wo man sich auch so dachte ja gut smart aber ist das jetzt wirklich gerecht ist das jetzt wirklich gerecht dass die am Ende einfach den Montgomery als als Schuldigen darstellen und Montgomery im Gefängnis landet gut das wäre eh wegen der Fallgewaltigung schon ähm ja und dann ist ja so gesehen auf Montgomery ähm Sturm im Gefängnis recht schnell wobei man dazu dann natürlich sagen muss dass ähm da natürlich auch Alex's Vater ordentlich mitgeholfen hat ja stimmt der ähm Hauptchef in dem Ganzen war als Polizist weil er arbeitet ja als Polizist und war ja quasi dafür verantwortlich den äh Mörder zu finden und aufgrund dessen da er es dann auch selbst erfahren hatte mehr oder weniger von Annie dass ähm Alex es war der Bryce geschüttet hat hat er ja da dann ordentlich mitgeholfen dass ihm das Ganze auf keinen von den ähm Leuten zurückfällt ja dass die ganze Geschichte irgendwie stimmt es kamen auch zum Beispiel Details raus wie ähm dass Clay ja bei bei Bryce war mit der Waffe und ähm ihn töten wollte und ähm ja deswegen ist natürlich auch bei den bei den Jensen zum Beispiel zu Hause auch Stress ausgelöst deswegen natürlich ähm und es war ja auch so dass dann in der Staffel auch eine große Bindung zwischen Clay und Justin entstanden ist ja Clay wurde ja zwischenzeitlich glaube ich auch äh suspendiert inhaftiert ja auch inhaftiert stimmt der war in der der war auch in der Zelle und dann ja ja stimmt der war auch hinterher geht dann kurz ja ja es war ja auch so dass seine Mutter ist ja Anwältin und die war ja besonders also ich glaube das ist in Neustoffe 2 passiert wo ähm sie doch ähm der der ergebnischen Anwältin Tipps gegeben hat weil sie in der selben Kanzlei arbeitet und der deswegen natürlich ausgerastet ist ja und vor allem hat sie ja mehr oder weniger die Schule ähm geschützt quasi ja und dadurch ja dann gegen die Bakers quasi gearbeitet mehr oder weniger ja ja also weißt du ein Element was mir einfiel was was eigentlich noch ganz wichtig ist für Staffel 2 ist das ähm diese Träume die Clay hatte mit Hannah wo ich meine weil ich dachte mir so okay ähm es hat einerseits gepasst aber andererseits dachte ich mir auch so teilweise ja er ist bisschen gewollt so so nach dem Motto ja Hannah war ja ein sympathischer Hauptcharakter so wie können wir den Charakter weiterleben lassen ja gut er ist tot deswegen geht's ja nicht ähm das ist ein Träum da dachte ich mir ja er ist ein bisschen gewollt schon alles aber okay war okay ja und jetzt zu Staffel 3 ich fand ein Pluspunkt den ich da auf jeden Fall rausnehme ich fand das zwischen Clay und Justin als ganz cool also das fand ich echt eine sehr gute Idee mit den beiden ja die Charaktere die sich halt am Anfang in Staffel 1 überhaupt nicht gemocht haben ja wo du halt niemals gedacht hast die wohnen irgendwie mal zusammen genau und wurden ja dann mehr oder weniger auch Brüder wenn man so will ja besonders hat dann also gut in Staffel 3 schon aber in Staffel 4 hat dann nochmal so extrem ja ja das war eine wirklich das fand ich sehr gut an der Staffel ähm auch die Entwicklung von Jessica so also das war schon alles also die Charaktere allgemein haben sich eigentlich in jeder Staffel ganz gut entwickelt einzelne Ausnahmen gibt es bestimmt immer aber es fällt mir gerade nur eine Ausnahme ein und die kommt gleich ja aber so ansonsten fand ich das eigentlich ganz gut aber halt am Ende auch krass natürlich weil du dann so die haben die ganze Geschichte umgerät mit Alex hat jemanden getötet und du denkst ja okay das ist ja nicht okay was ihr eigentlich da getan habt was da jetzt eigentlich passiert ist Zack hat ihm einfach beide gebrochen ja gut weil auch das andersrum passiert ist ja krass auf jeden Fall so und dann kam Staffel 4 die letzte Staffel das war doch vorher schon festgelegt dass die letzte sein soll man konnte die Geschichte auch nicht ewig erzählen so und so und dann war es halt so dass ähm ja so gesehen äh das müssen wir noch ganz kurz überlegen also das hat ja so gesehen dann damit angefangen dass ähm sich Clay's Zustand verschlechtert hat dass er diese Tagträume bekommen hat also in extremer Form also davor hat er nur einmal Henna ja gesehen aber dann hat er auf einmal ähm irgendwelche Sachen gesehen die gar nicht da waren hat er Angst gehabt Angstzustände, Angststörungen oder so regelreste Panikattacken Panikattacken äh die er wohl als Kind schon irgendwie so ähnlich hatte ähm ja währenddessen hat auch ähm waren die Leute wo also unter anderem der neue neue Football Team Leader Diego der dann dabei war obwohl der war nicht der Captain das war ja Schadi der dann auch so gesehen neu war aber ähm Diego war dann auch so gesehen ähm neu dabei und der hatte so probiert mit den anderen Footballern das die Wahrheit über Montgomery's Toll rauszufinden und hat dann auf Clay Druck ausgeübt und hat ihn so mehr oder weniger so einen absoluten psychischen Ausnahmezustand getrieben ja dann ähm sind auch äh so Sicherheitsmaßnahmen gekommen Taschenkontrollen und sowas Kameras und so wegen den Ereignissen auch mit Tyler ähm ja also hat dann schon eine krasse Dynamik das ganze genommen wie fandest du denn das mit Clay das mit diesen Tagträumen weil das war ja so ein großes Element eigentlich weil ansonsten es gab natürlich auch andere Elemente aber das war ja eines der größten Elemente eigentlich am Anfang der Staffel äh es ist jetzt schwer da jetzt vernünftig zu argumentieren sag ich jetzt mal ähm um ganz ehrlich zu sein unnötig ähm um das jetzt kurz zu fassen um das ein bisschen länger zu sagen ja man kann schon verstehen dass man das eher äh gewisse Panik entwickelt sag ich jetzt mal aufgrund der ganzen Geheimnisse die so verbergen müssen dass die Wahrheit quasi nicht ans Licht kommt aber ich fand das ganze sehr übertrieben gut ich kann mich natürlich nicht hineinversetzen weil ich äh persönlich ja solches Panikattacken nie hatte und nie groß erlebt habe deswegen weiß ich nicht ob das alles so in Wirklichkeit passieren kann aber ich ich fand es ganz ehrlich wirklich ein bisschen übertrieben und wirklich wie gesagt unnötig naja was ich mir so gedacht hatte über die ganze Nummer war halt also also Clay war ja war wirklich ein guter Charakter weil er unter anderem ja auch diese ja sag ich mal er war ja eher so ein ruhiger teilweise schüchtern so auch gechillt so sag ich mal also der war jetzt ja wirklich der war gar nicht so das hast du ihm gar nicht zugetraut und die Freien die ihm auch so gestellt habe es waren ja schon den Schlafen davor krasse Sachen passiert er war im Gefängnis und so und da habe ich mich so gefragt okay und jetzt ausgerechnet das jetzt ist irgendwie der Punkt wo es dann irgendwie zu viel wird also genau vor allem hat es halt auch zu seinem Charakter da fand ich es nicht gepasst ja also er hat sich halt so und wirklich ich hab's ich hab's überhaupt nicht weil ich mochte Clay wirklich und dann hat er sich so untypisch und so komisch verhalten wirklich der hat ich dachte mir ihr könnt doch nicht den Charakter so zerstören man ich dachte mir das hat zwar auch sein Hintergrund natürlich die Panikattacken aber das hat mich hat mich ja fast schon wütend gemacht teilweise wie komisch diese ganzen Stories dann und wie komisch er sich verhalten hat weißt du das war tatsächlich auch ein Grund wo ich ganz ehrlich bin an sich Staffel 4 ich musste mich wirklich zwingen das zu Ende anzuschauen was wirklich schade ist bei der Serie ja ich finde ich musste mich nicht zwingen Gott sei Dank aber ja ich kann das schon also das hat mich teilweise wahnsinnig gemacht besonders war er in den Staffeln der vor das Gegenteil eigentlich war er war immer der der gesagt hat ey du kannst mit mir reden so und hat er immer wollte er immer so gesehen hat er gesagt ey du redet miteinander so das hilft so er war ja so gesehen der immer der Schlichter der immer gesagt hat ey wir können uns gegenseitig helfen und er hat sich ja gar nicht helfen lassen weil Justin kam ja nach seiner Drogenentzug also der hat ja auch Drogen genommen war da süchtig so das war auch ein Element aber das war jetzt auch nicht so relevant also war schon relevant aber jetzt nicht so dass man jetzt das große auch erklären musste ähm und er kam dann wieder und er war so richtig gut drauf der Justin ich dachte mir hey das ist doch schön dass der gut drauf ist dann hat der Klär in der Wacke der einfach irgendwie ja sich einfach Antikläfer hält und ähm ja das fand ich dann irgendwie das war halt irgendwie ja auch das hat nämlich auch die ganze Chemie zwischen Klär und Justin kaputt gemacht also ja genau weil natürlich einfach Klär die ganze Zeit dagegen gearbeitet hat und davor ähm war es ja so dass die beide zumindest ja immer dann zusammengearbeitet haben irgendwie und sich dann auch gemocht haben und irgendwie genau und Klär hatte gefühlt Justin gar nicht mehr gemocht also eine Aussage war ja ganz krass wo er dann ja auf dieser Party war ähm und wo er dann ja irgendwie gesagt hat ey ähm das sind ja meine Eltern und nicht deine Eltern so ich dachte okay da dachte ich mir Alter das geht überhaupt nicht Alter super tief 10 Punkte verloren ja wo er dann dir eine Ansage gemacht hat schwierig ja wie gesagt fand ich das wirklich schade weil die Serie war absoluter mega und dann der letzten Staffel ja also dann gab es auch dieses Ding das war irgendjemand geheimnisvolles oder geheimnisvolle Leute die da irgendwas gemacht haben ähm zuerst wurde das Football Team vermutet aber dann hat sich nach und nach herausgestellt ähm als sie auch dann so einen Weittrip hatten dass ähm das Football Team selbst eingesperrt worden ist äh und ja ich kann das Rätsel ja von mir jetzt auflösen es war so dass Klär in diesen Panikattacken auch teilweise nicht mehr sein eigenes Handeln kontrollieren konnte und nichts mehr mitgekriegt hat und Sachen gemacht hatte äh unterbewusst wo er gar nichts mitbekommen hatte also so schlafwandel mäßig also dann ist er zum Beispiel in die Schule eingebrochen also hat sich halt getarnt und hat halt dann äh ähm da an die Taf äh in die Wand gesprüht ähm Bryce wurde getötet oder so oder Montgomery ist nicht da schuldig oder sowas sowas in der Art so und er hat dann so gesehen die ganzen Sachen gemacht er hat sich dann auch anscheinend irgendwie selbst in so ein Loch reingeworfen wo ich mir auch so dachte bei dieser Geschichte wo er dann im Loch drin war also ich fand das an sich eine ganz leite Idee mit dem Wald ich fand das auch eigentlich eine ganz coole Folge aber ähm ich dachte mir halt so wieder als er dann rauskam aus dem Loch und dann kommt er halt zu den anderen der war weg irgendwie wo ich mir dachte und dann ist seine Mutter ja sogar dabei und er kommt dann so wieder und sagt ach da bist du ja so komplett kaputt weißt du hä 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 ja wie gesagt das ganze fand ich irgendwie die Handlung ja schade einfach nur schade fand ich das das ist halt wirklich ja ja also besonders also es hat ja niemand er kam nur aus dem Wald raus er war komplett er sah kaputt aus und niemand hat es gejuckt nicht mal seine Mutter nicht Justin niemand denn ich glaube für Justin hat er zumindest mal gefragt aber seine Mutter ach da bist du ja ich dachte hä also das hätte sich doch eigentlich aufklären müssen er hätte doch gleich sagen müssen ich war in einem Loch und da hat mich jemand reingeworfen so natürlich war er es dann selbst aber hätte ja gut also keine Ahnung das ist mit dem Therapeuten eigentlich ganz eine ganze Zeit der Idee dass er mit dem Therapeuten geredet hat ich wäre eigentlich ganz okay die Idee ähm ja ansonsten ja gut dann die Nebencharakter hatten hatten noch eine Story also Alex war ja dann ich weiß nicht ob das in der Staffel angefangen hat ähm wo Alex war also Alex schwul schon in Staffel 3 und hat das dazu gestanden oder hat sich das erste in Staffel 4 entwickelt ich glaube das war schon davor oder? ich glaube ja naja ich glaube das war schon davor ähm ja zudem halt auch Tony mit seinem Freund und so und es gab einen neuen Charakter mit Charlie der der war in der Staffel 4 davor glaube ich ja auch schon so teilweise dabei ähm und den fand ich eigentlich ganz sympathisch der wo sich auch rausgestellt hat dass der auch schwul ist dann wo ich eh sagen muss und da hat sich auch noch rausgestellt dass doch ähm der eine Lehrer oder so der Coach oder so da hat auch einen Freund wo ich halt dachte okay also ich fand das in den Staffeln davor okay so es hat aber nichts dagegen wenn die Charakter ja schwul sind ist kein Problem aber ich fand es so ein bisschen überpräsenz dann am Ende weil irgendwie gefühlt da kam irgendwie fast jeder Charakter mit der hat gesagt dass er schwul ist keine Ahnung also das war jetzt nicht schlimm aber das war besonders in der letzten Folge wo dann irgendwie oder das war die vorletzte Folge mit dem Ball wo dann irgendwie ja sind dann noch irgendwie 2-3 Charaktere sich dann da geoutet haben ja man hat so ungefähr versucht jede kleinste Minderheit gefühlt äh mit rein zu bekommen ja stimmt diskriminierung war auch ein Thema mit ähm wo der der Diego war ja auch dunkelhäutig so also der wurde dann deswegen auch von einem anderen Cop deswegen ähm ja schärfer angegangen und da auch an den an den Spinkel gehauen und deswegen haben die Schüler dann auch Protests eingelegt haben voneinander eingestanden ja dieses halt Black Lives Matter Ding haben sie halt da umgesetzt fand ich aber ganz okay eigentlich ja das fand ich schon fand ich eine gute Idee das ist ein wichtiges Thema so und ja auch ich fand's auch eine gute ich fand's ich auch gut fand also ich hab zwar gerade gesagt das war vielleicht ein bisschen überpräsent mit ähm mit so ähm ja es waren halt viele Charaktere die jetzt ja immer mal geoutet haben aber ich fand das eine sehr gute Idee dass es halt ähm anstatt dass es Ballkönigin und Ballkönig gab dass es einfach zwei Ballkönige gab fand ich eine leitere Idee hat mich auch für Alex gefreut mit Charlie ja ja ähm ansonsten hat sich die Story dann wie gesagt aufgeklärt dass Clay das war und dann hat auch Clay mit seinem Therapeuten da geredet also ja hat sich dann auch mit Justin so teilweise angelegt aber am Ende dann wirkte das alles so ein bisschen wie so ein Happy End die waren auf ihrem Ball Clay hat sich auch bei Justin entschuldigt ein bisschen die haben dann so ein bisschen ihre Versöhnung gehabt obwohl das jetzt auch nicht so krass war weil sie haben sich zumindest wieder ein bisschen versöhnt äh ja sie haben nochmal betönt dass sie Bruder sind und ähm ja dann kann man sagen okay Happy End so ne weil dann ist ist Justin umgefallen ich dachte mir immer Justin so der war am Anfang so gut drauf ich dachte mir das ist doch so untymisch weil normalerweise ist doch der Sinn von Charakteren die sie haben am Anfang ihre Probleme und können sie dann zum Ende einer Staffel oder einer Serie lösen und können an diesen an diesem Problem wachsen so und fand ich schon so komisch dass der so gut drauf war und dachte mir hä wie wie willst du das denn erzählen ja und am Ende hat es natürlich Sinn gemacht ähm ja also am Ende war es ja so dass er dann ähm so gesehen er durch die Drogen was hatte er nochmal Aids nee nee hatte nicht ja Aids aber nicht durch die Drogen aber nicht durch die Drogen sondern weil er als er ähm abgehauen ist damals von den Eltern ähm war er nicht eine männliche Prostituierte ja stimmt und da hat er sich das ein ja machst du recht um sich Geld zu verdienen quasi für die Drogen ja ja also auch krass und natürlich dann also wie fandest du denn das also man kann also wir können sich das ja verraten so gesehen ähm dass der dann so gesehen dass darauf hinaus gelaufen ist dass er da krank ist ähm er konnte dann am Ende mit seinen Leuten noch sich verabschieden konnte mit ihnen reden Clay ist dann auch aus krass deswegen ähm und das war dann alles recht emotional so und dann ist am Ende ja gestorben und dann gab es noch die Beeiligung so wie fandest du denn das Ganze so fandest du das eine gute Idee hat dich das gestört also ich fand's heftig also ich hab damit nicht gerechnet ich auch nicht aber irgendwie passt es schon zur Serie und es passt halt auch vor allem wenn man irgendwie versuchen will das Ganze realistisch anzugehen wenn man ehrlich ist äh dann kann sowas schon passieren definitiv und ich fand es hat schon Sinn ergeben ich hab nicht damit gerechnet dass das passiert äh hat dann schon und diesen Schock als ich das gesehen habe äh ja mir ausgelöst aber halt schade aber man kann es verstehen warum es gemacht wurde und es passt halt wie gesagt auch rein okay ähm als ich das geguckt habe also ich dachte mir halt ihr könnt mir das doch nicht antun jetzt also bitte das könnt ihr mir jetzt nicht antun das war schon herzerreißend ja da dachte ich mir so das könnt ihr mir jetzt nicht antun weil ein großes alle Element was dieser Serie wirklich so gut getan hat und was mich eigentlich also bis auf Staffel 4 hat wie gesagt am Anfang aber das hat sich ja dann auch kurz immer noch ein bisschen wiedergelegt ähm das alles mit Clay und Justin fand ich immer ganz gut so und das hat man ausgerechnet das Eder mit am Ende zerstört also das äh naja das könnt ihr mir doch nicht antun so und ähm ja ich fand das beim Gucken fand ich das richtig scheiße weil ich hätte mir mehr ein Happy End gewünscht dann war es zu Ende und ich war unzufrieden mit der ganzen mit der ganzen also sie haben es ja gut schon gemacht so also war jetzt nicht war jetzt nicht schlecht dargestellt so sie haben auch echt Mühe gemacht das noch ehrenvoll alles darzustellen aber ich fand es trotzdem eine blöde Entscheidung aber als ich dann so im Nachhinein darüber nachgedacht habe dachte ich mir so ein bisschen die vierte Staffel war jetzt ja nicht so geil aber ich finde dass dieses Element natürlich nochmal im Nachhinein diese ganze Serie und die ganze Staffel nochmal aufgewertet hat und dass man dann dadurch nochmal viel mehr dann nochmal emotional verbunden ist mit der Serie dadurch so das war schon es war schon Schlaues zu tun und im Nachhinein kann man vielleicht auch damit leben aber beim Gucken war es natürlich schon dachte man das kann das dürft ihr nicht tun ja ja das stimmt schon es war also es war schon clever was ich auch definitiv noch zur Serie insgesamt sagen möchte ist die Musik die in der Serie gewählt ist ist einfach nur der Hammer ja also vor allem es gibt wirklich Lieder die wenn ich die höre unter anderem The Night We Met ja das ist eh das krasseste Lied das habe ich extra bei Spotify mir sogar eingefügt ja genau aber immer wenn ich das höre kommen mir die Gedanken von der einen Nacht und das ist heftig also da das spielt wirklich mit Emotionen und das hat die Serie wirklich fantastisch gemacht mit der Musik finde ich weil die passt halt wie die Faust aufs Auge ja also es ist ja es ist auch so dass zum Beispiel in Staffel 1 kam Run Boy Run zum Beispiel und es kam halt auch weil Celina Gommels ja an der Serie mit beteiligt war war es auch so dass Celina Gommels Songs auch kamen und es kam auch dieses Lovely von Billie Eilish und so also da waren auch berühmte Lieder dabei aber die haben auch alle sehr gut gepasst so und die waren auch teilweise exklusiv für die Serie geschrieben ähm ja also das muss ich auf jeden Fall zustimmen also das war glaube ich mit einer der Serien glaube ich die besten Soundtracks hatte also besonders den Night We Meet oder wie das heißt ähm es kam ja sogar glaube ich noch in der letzten Staff in der letzten Folge noch einmal zum Abschied ja und das war natürlich auch nochmal da die sind ja auch nicht dumm die wissen ja schon was zieht so und dass das Lied ausgerechnet nochmal kommt das war nicht auch clever gewählt so als Abschiedsmusik nochmal dass du genau das Lied nochmal bekommst so das ist schon dann spielst du das Lied wieder mit deinen kompletten Emotionen ja die Serie man muss halt sagen so das ist halt schon eine krasse Serie weil besonders halt also diese Mischung so aus aus also die wie die Charaktere ein so also das Ding ist halt wieder am Anfang war es halt so dass er so gefühlt diese Story also dass diese Story eher im Vordergrund war was ist mit Hannah passiert so und dass man da eher drauf aus war aber die Charaktere die Serie hat sich dann ab Staffel 2 spätestens dazu entwickelt dass es einfach eine Charakterserie war eigentlich dass die Charaktere im Vordergrund waren und dass das so gesehen das Spannendste eigentlich war wie die Charaktere so sich weitermachen so und dass die Story natürlich war jetzt auch nicht schlecht so ich finde also man kann in Staffel 2 und 3 sagen dass die Story auch ganz gut war Staffel 4 ist vielleicht nicht so aber trotzdem war es halt war ja auch schon Staffel 4 trotzdem ein guter Grund die Serie zu gucken waren halt die Charaktere weiter obwohl sich jetzt vielleicht nicht alle top entwickelt haben aber es gab jetzt auch gute Beispiele also ich finde Alex hat sich eigentlich fast über alle Staffel gut entwickelt oder Tyler auch ja Tyler hat einen mega Sprung gemacht wie ich es fand also es war wirklich saustark seit die Entwicklung von ihm auch Zach irgendwie keine Ahnung also obwohl ich bei Zach mir auch so dachte irgendwie der war auf einmal ja in Staffel 4 war der auf einmal ja so so komisch so ist mir egal ich dachte ja aber das war wie bei Clay so der war doch davor irgendwie auch so ein bisschen anders so drauf also also hat ihn jetzt wirklich das Ereignis mit mit Bryce so kaputt gemacht dass er jetzt so komisch drauf ist ja genau das fand ich halt auch aber mit Zach zum Beispiel in Staffel 3 was ich halt auch so bei ihm nicht erwartet hätte dass er derjenige ist quasi der Alex versucht wieder ja auf Vordermann zu bringen sag ich jetzt mal sei es im sportlichen sei es einfach im privaten Leben dass er quasi Best Buddy mit Alex wurde ja gut aber der wäre schon Staffel 2 eigentlich der Nette des Football Teams so ja klar aber das habe ich halt so zum Beispiel nicht erwartet dass das passiert ja gut aber ja das stimmt aber das haben sie halt auch so ein bisschen begründet ja eigentlich dass dann halt einfach da anscheinend Zach da zu ihm eine Bindung auf also dass er ihn halt mag so dass er halt also ja sich beide halt gut verstehen dass er irgendwie anscheinend sich auch ein bisschen vielleicht schuldig wird irgendwie warum auch immer und ihm helfen will ja ja gut ja wie gesagt also wenn ich mal zusammenfassen würde eine krasse Story sie haben sich professionell mit den meisten Themen auseinander also wir haben eigentlich mit allen Themen auseinandergesetzt also selbst das mit den Panikattacken war ja an sich schon logisch irgendwie ähm Großplus in Charakterentwicklungen ich fand besonders diese Entwicklung zwischen Clay und äh Clay und Justin außergewöhnlich natürlich aber auch alle anderen Charaktere also der einzige also es gab nur ganz viele Charaktere wo ich sage okay das war vielleicht nicht so mein Charakter ähm kein Ani zum Beispiel aber ansonsten auch die Familie von von Jensen also von Clay also die Jensens finde ich alle ganz cool mit seinem Vater und seiner Mutter ja also wie gesagt die alle Charaktere eigentlich gut geschrieben so am Ende auch cool dass alle Charaktere nochmal irgendwie zusammen kamen auch alte Charaktere aus Staffel 1 dann auch nochmal da waren und nochmal hallo gesagt haben ja wobei was ich noch kurz zu Staffel 4 sagen möchte ja ähm was mich überrascht hat beziehungsweise ich sag nicht was mich überrascht hat aber was ich eher erwartet hätte statt äh Justin dass er stirbt dass Clay sich das Leben nimmt ja ich ich hatte leider auch schon die Befürchtung also bei der Serie hatte ich auch schon die Befürchtung dass es einen von den beiden vielleicht treffen könnte oder es einen Hauptcharakter treffen würde ich könnte auch Alex oder Jessica mir vorstellen können vielleicht aber aber das hätte ich mir wirklich vorstellen können dass das dann einfach sagt dass er da mental halt nicht drüber wegkommt dass eben äh hannah weg ist sich das Leben genommen hat und dass er sich halt vielleicht das Leben nimmt um dann mit hannah quasi im Himmel weiter zu leben ja gut aber das wäre ja fast noch krasser wäre ja noch da hätte ich ja noch mehr mein Herz rausgerissen aber das hätte ich als habe ich es tatsächlich eher erwartet als dass das mit Justin passiert ja obwohl ich mir halt so dachte also wenn stell mal vor das wäre da passiert wie krass es gewesen wäre aber du musst dir mal legen das ist ja nicht nur für Clay blöd das ist ja für alle anderen Charaktere die Clay kennen auch ein herzreißendes Ding so eine Familie Justin auch die anderen Charaktere äh Zack und so Alex die ihn ja auch irgendwie ja eigentlich schätzen irgendwie obwohl sie es nicht immer durchblicken lassen ich sag nicht dass es die beste Entscheidung wäre aber es hätte mich zumindest nicht gewundert wenn das passiert wäre vom Verlauf der Story auch mit eben seinen ganzen Problemen und dass er dann halt einfach nicht mehr klarkommt und dann sagt es ist irgendwann zu viel ja also wäre ja auch eine Option gewesen äh weiß ich jetzt nicht also das hätte mich glaube ich noch mal kaputt gemacht also mit Justin hat mich ja schon seelisch kaputt gemacht wo ich dachte okay jetzt brauche ich erstmal jetzt brauche ich erstmal eine Therapie wirklich wirklich ich dachte mir halt das könnt ihr mir doch nicht antun jetzt also mal ganz ganz ja gut am Ende wie gesagt hat sie hat glaube ich die Serie dadurch sogar noch ansehen gewonnen ja also man muss halt sagen abschließend wie ich habe ja gerade schon gesagt also Charaktere Clay Justin so Story war gut Musik war gut Schauspieler waren gut ja also es war nur so dass die Handlung halt ein bisschen immer pro Staffel irgendwie bisschen abstruser teilweise wurde und das hat also was mich hat wirklich und das halt ab und an also es hat auch mit den Staffeln eher zugenommen dass natürlich teilweise so ein bisschen die Charakterentwicklung komisch war halt besonders in Staffel 4 bei Clay also anfangs bei Clay auf jeden Fall ja aber das ist natürlich immer meckern auf hohem Niveau sag ich mal also das waren schon Kritikpunkte die kann man aufnehmen aber ja es gibt ja kaum eine Serie die wirklich es schafft über alle Staffeln hinweg gut zu sein also na ja ich fand halt am Ende irgendwie wenn wenn die Serie insgesamt betrachte Staffel 1 der absolute Hammer Staffel 2 war auch absolut top Staffel 3 wie gesagt hat sich schon ein bisschen schlechter hatte ich das empfunden aber war trotzdem noch sehr sehr gut und ich fand halt persönlich zumindest war Staffel 4 unnötig und kam mir zumindest so vor als hätten sie gesagt komm das lief ganz gut Aufrufzahlen sind sehr gut bei der Staffel da müssen wir noch eine vierte machen aber sie mussten die Geschichte auch noch zu Ende führen so sie konnten jetzt ja nicht das so stehen lassen wie es in Staffel 3 war ja aber wie gesagt ich fand es halt mehr so ja nicht so nicht so top vielleicht lag es auch tatsächlich vielleicht sogar an Corona weil sie das glaube ich am Ende am Anfang von als dann die ganze Corona Pandemie stattfand haben sie ja hat noch die Staffel glaube ich zu Ende gedreht und ja gut ich habe jetzt auch keine Ausdruckung und da wirklich bemerkt ja weil das komisch ist halt dass sie auch nur 10 Folgen gemacht haben weil jede andere Staffel hatte 13 Folgen achso ja haben zum Beispiel 10 Folgen gemacht ja gut aber ganz im Ernst ich fand jetzt nicht dass die Folgen also die Handlung der Folgen und die Charaktere die Charakterentwicklung der Folgen in den Folgen davor so gut weil ich noch mehr Folgen gebraucht hätte ja naja deswegen sage ich ja ich also ich finde die vierte Staffel hätte man sich wirklich schenken können weiß ich nicht also ich finde das ist immer auch ein bisschen meckern auf hohem Niveau also Staffel 1 kann ich kann ich kann das ist meckern auf hohem Niveau aber wenn man halt vergleicht wie das halt lief war die für mich zumindest die vierte Staffel eine pure Enttäuschung also kann ich es nicht formulieren aber wenn ich schon bei den Punkten durchgehe Staffel 1 würde ich eigentlich kann ich eigentlich 10 von 10 geben also da gab es ja nur Kleinigkeiten die man wirklich nicht so anlasten kann Staffel 2 würde ich eigentlich auch also fällt mir auch nichts Groß Negatives ein nur dass ab und zu so ein paar Backstories mich ab und zu vielleicht ein bisschen verwirrt haben und mir dachte ja gut das ist irgendwie nicht so sinnvoll aber ja okay 10 von 10 9,5 so Staffel 3 war dann so fand ich eigentlich auch ganz okay nur die Zeitspringen mit Andi das waren so in dem Moment die haben mich genervt aber ansonsten fand ich ja auch wirklich gut also da würde ich auch so 9,5 geben und Staffel 4 ist halt schwierig weil halt ja zwar nicht da fand ich auch die ganzen sachen mit Eddick Zeck und so mit Charlie und so fand ich alles waren gute Sachen so auch mit dem Amoklauf ja fand ich auch nicht so schlecht die Idee auch das mit dem ganzen Lecklafen Mellor-Ding und so schwierig irgendwie auf was man sich dann da einigt wird sogar fast sogar eine großzügige 8,5 daraus noch geben oder eine 8 ich würde mich schon darauf einigen dass die wahrscheinlich die schlechteste war aber die war trotzdem auch noch gut also es war wirklich eine gute Serie insgesamt kann man dann glaube ich schon eine gute 9,5 da geben ja die Serie war absolut top wie gesagt ich muss halt die ersten drei Staffeln mit der vierten ja unterscheiden wie gesagt es fand ich halt wirklich zwischendurch musste ich mich dann in der vierten Staffel wirklich dazu quälen das weiter anzuschauen weil es fand ich dann irgendwie naja nicht mehr so toll aber ich sag ich sag mal so jeder hat andere Geschmäcke also von daher ich fand zum Beispiel Staffel 3 schon nicht mehr Staffel 3 hat bei mir schon so ein bisschen mit manchen Sachen kaputt gemacht wo ich mir dachte ja ist nicht so geil aber fand ich trotzdem noch gut alles und Staffel 4 war jetzt fand ich noch ein bisschen schlechter aber es hat mich dann nicht mehr so schockiert dass es schlechter wird dann dachte ich mir ja okay also nun erklärt mich geärgert Wahnsinn das hat mich so geärgert was die da gemacht also es hat für mich keinen Sinn ergeben alles besonders als die es dann aufgelistet haben eher weil selbst war es ja gut einfach ja gut vielleicht lag es auch tatsächlich daran einfach bei mir dass ich zu gehypt war auf die vierte Staffel weil ich hatte Staffel 1,2,3 angeschaut und hab dann halt wirklich so auch Ewigkeiten auf Staffel 4 gewartet bis die halt dann kam Staffel 3 raus im August 19 und dann hab ich wirklich ein ganzes Jahr weil ich hab die wirklich quasi angeschaut als die raus kam die komplette Staffel 3 und hab dann mehr oder weniger fast ein ganzes Jahr gewartet auf die Staffel 4 und dann war das halt wirklich eine Enttäuschung ich kann dir sagen was bei mir der Vorteil war ich hab ja ich hab das ja erst so gesehen schönes Ende war und hab dann so gesehen alle Folgen von Staffel 1 bis 4 mehr oder weniger halt hintereinander angehuckt also natürlich mit kleinen Pausen aber und deswegen ich glaub das ich glaub das hat der besonders der Serie war die auch viel mit Story so Story ist halt auch wichtig und Charakteranwicklung so und ich glaub das hat auch geholfen dass ich da immer sehr gut mitkam so wenn man natürlich alles hintereinander guckt wenn du natürlich dann ein Jahr Pause hast und dann gehypt bist auf was so dann ist es natürlich immer so ein bisschen auch höhere Erwartungen dabei hast du schon recht so ich hatte halt also ich muss dazu sagen dass bevor ich es die Staffel 4 angeschaut habe habe ich es nochmal alle 3 Staffeln nochmal angeschaut okay damit ich wirklich nochmal komplett auf dem neuesten Stand bin aber wie gesagt das war halt irgendwie schade einfach für mich war es halt eine Enttäuschung aber gut dafür waren die ersten 3 Staffeln ja absolut mega ja also im Prinzip sind wir eigentlich einer Meinung nur wir sind halt bei Staffel 4 also ich finde sie ich finde sie sogar ganz gut die Staffel 4 trotzdem noch obwohl nicht sie auch so aufgeregt hat aber ja gut gut ist ja immer so eine Definitionsfrage aber ja ich fand sie trotzdem immer noch also wirklich sehr sehenswert und insgesamt kann man ja glaub ich schon wieder halt so also besonders wegen Staffel 1 2 und auch 3 aber besonders wegen Staffel 1 und 2 kann man da eigentlich wirklich gute Punkte geben für ja ja gut wir haben bestimmt auch noch Elemente vergessen aber bei der es ist so viel Story Elemente die eigentlich wichtig sind die Folgen sind ja auch immer eigentlich recht lang deswegen keine Ahnung wie viel aus zwischendrin welche Sachen aus den vorherigen gestaffelt eigentlich keine Ahnung so auf jeden Fall würde ich sagen dann war es das von 30 Reasons Why und ich hoffe es hat euch gefallen wenn eure Meinung könnt ihr gerne auch natürlich in die Kommentare reinschreiben falls ihr dann eine Meinung habt noch zu und äh ja dann sehen wir uns wieder bei einem neuen Video ciao und ich würde definitiv sagen falls ihr die Serie noch nicht angeschaut habt schaut es euch das definitiv an ja also besonders gut wenn man natürlich jetzt gut das ist natürlich jetzt die Frage wenn man jetzt das alles gehört hat ob das auch Sinn macht sich hier anzugucken naja gut obwohl ja gut würde ich es trotzdem sagen ja definitiv ist halt die Frage so also natürlich die großen Plottwists haben wir jetzt schon verraten aber natürlich trotzdem ist es natürlich besonders in der Charakterentwicklung ist eigentlich ganz cool die Serie zu gucken ja also es lohnt sich definitiv ja also auf jeden Fall sehr sehenswert besonders wieder die ersten beiden Stoffe okay dann war es das jetzt ciao ciao ciao